Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Eine weitere interessante Verbindung war der EC2-3. Das war die Relation zwischen Amsterdam und Chur. Und zwar der genaue Laufweg war Amsterdam, Utrecht, Arnheim, Emmerich, Düsseldorf, Köln, Bonn, Mainz, Frankfurt Flughafen, Mannheim, Basel, SBW, Zürich, Hauptbahnhof und Sargans-Kur. Wir zeigen den Zug auf dem Schweizer Streckenabschnitt mit einer RE442, noch im ursprünglichen Grün. Ansonsten entsprechen die Wagen hauptsächlich der Epoche V. Was gibt es noch zu sagen? Das Ganze natürlich um 1992, weil in der Zeit war auch ein SBW-Panorama-Wagen noch in diesem Zug eingegliedert. Deswegen war es in dieser Zeit besonders interessant mit diesem Zug. Und natürlich Anfang der Epoche V. Ja, viel Spaß mit dem Video. Like und Abo nicht vergessen. Ciao. Ja, viel Spaß mit dem Video. Ja, viel Spaß mit dem Video. Applaus Ja, viel Spaß mit dem Video. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.